Frau Brügelein fängt mit einem Baseballschläger, fügt bei perfekter Durchführung zusätzliche Angriffe, äh, fügt bei zusätzliche, äh, fügt bei perfekter Durchführung zusätzliche Angriffe durch, okay? Inventar. Kann ich denn nichts hiervon? Ich muss eben erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Ein Paradies für Mikroben. Hm, ich könnte ein Auge ausstechen. Ah, wir haben noch keine Waffe, wir haben noch nichts ansonsten, okay. Das muss mal gut sein, vielleicht ist hier noch irgendwas? Ne, Holz. Garage. Ah, wir können hochklettern. Wollte auch schon sagen. Surferperücke. Nehmen einfach mal alles mit. Haben schon einiges an Geld gesammelt, ne? Das sind schon über 8 Dollar die wir jetzt hier im A1 schalen. Die kann ich da bestimmt mitnehmen, oder? Hm, nix. Du solltest das mit meinem Warhammer, Drowelf. Äh, äh, besser gehst du in den Forrestraum. Ah, Butter. Aha, du kannst nicht mehr aufhören. Hilfe, jemand, ich kann nicht mehr aufhören. Hilfe! Klick einen Falt mit links an, um anzugreifen. Oh, 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 oh. Hey, nicht wahr, das ist schrecklich. Ich werde meine Mutter sagen. Danke, Kind. Ich habe nicht gedacht, dass er eine Hilfspotie hatte. Na, mein Name ist Butterz the Merciful. Ich bin ein Paladin. Ich lebe direkt neben dir. Wir sollten Freunde sein. De-de-de-de-de. Klick auf deine Humpel auf den Reiter mit den Sammelobjekten, um alle Freunde zu sehen, die du gefunden hast. Nein, wir haben, okay, wir haben erst einen. Na gut. Jetzt, dass wir Freunde sind, du sollst mit dem Wizard-Kling sprechen. Er hat über deine Begegnung gesprochen. Der Wizard lebt hier, in der Greenhouse, da oben. Hey, woher bist du? Neue Nachricht von Butters. Wenn du retten statt gehen möchtest, halte links, Shift gedrückt. Da sind wir am Fliegen. Das kann doch nur Cartman sein, oder? Ja, da ist er doch. Oh, heil, the Grand Wizard! So, du bist der neue Kind. Dein Gehreis wurde von Coldwell Banker gegründet. Ich bin der Wizard-Kling. Aber die Zeit für die Gespräche ist nicht nötig. Lass mich dir mein König zeigen. Oh, wer ist dein neuer Freund, Eric? Schau mal, Mom, nicht jetzt. Ich weiß nicht, was du nix tun sollst. Vergiss nicht, deine Quest-Auswahl. Ja, ja, die anzugucken. Okidoki. Willkommen zum Königreich des Koopakim. Alter, alter, alter. Hat er da ganz schön ne Burg hier zusammen gemacht? Unsere Weibungshof hier ist enttetet bei Clyde, ein Level-14-Warrior. Hier kannst du unsere massive Stabeln sehen. Übersehen bei dem Level-9-Ranger, Scott Malkinson. Er hat die Kraft des Diabetes. Ja, die gute Diabetes von Scott Malkinson. Natürlich ist es die hervorragende und hervorragende Prinzessin Kinney. Die fairenste Mädchen in der ganzen Welt. Nicht fragen, warum Kinney eine Frau ist. Es ist nur so, wie er sich jetzt rollen kann. Ja, ja. So, ok, wir sind jetzt also hier. Ah, ok, wir müssen mit Cartman sprechen. Du hast ausgesucht, neue Kind, weil Menschen überall sind in großem Gefahr. Ich brauche etwas von dir. Und in der Rückkehr bin ich bereit, dich in mein König zu lassen. Ich weiß, dass du sehr glücklich bist. Es ist Zeit für deine erste Quest. Aber erstens, bitte, erzähl uns deinen Namen. Hm, unser Name? Ja, unser Name ist natürlich Mobile Fanboy, natürlich. Wie der Channel ja auch heißt. Du hast Douchbag, ist das korrekt? Ja, 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 ja. Sind Sie sicher, dass Sie den Namen Douchbag haben wollen? Sehr gut, Douchbag. Du wählst jetzt eine Klasse, Kriter, Mage, Pfiff oder Jew. Oh, was nehmen wir denn jetzt mal? Jude, das ist natürlich geil, ey. Ja, ich würde sagen, wir sind der Kämpfer. Alles klar, nehmen wir mal. Wirklich, ja, wir sind jetzt ein Krieger. Douchbag the fighter. Okay, wir müssen also den Waffenshop besuchen. Das heißt, kauf eine Waffe von Clyde. So, Clyde, was hast du denn im Angebot? Nein. Wir brauchen natürlich eine Waffe. Warum ist das denn alles noch? Ah, okay, wir sind jetzt Level 1, okay. Klingel des Kriegers. Okay. So. Du hast dann eine erste Waffe gekauft. Drücke I, um auf dein Inventar zuzugreifen und sie anzulegen. Tada. Hä, was haben wir denn noch? Ah, wir haben das, wir haben schon diverse Sachen gekriegt. Ah, cool. Ah, nice. Okay, jetzt sind wir schon natürlich ein bisschen auskassendroh. Oh, oh. Klicke mit der linken Maus hast, um deine Aktion auszuwählen. Und dann klicke mit der linken... Hä? Was? Was hast du gemacht? Also, auswählen. Wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der linken Maustaste, um anzugreifen. Ah, okay. Wir sind zu früh. So ganz durchblickt habe ich es immer noch nicht, aber guck mal einfach mal. Wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der linken Maustaste, um anzugreifen. Ja, immer noch nicht ganz. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das. Hm. Oh. War es da schon? Ach, mit der rechten, okay. Ich habe mich die ganze Zeit verlesen. Okay, okay. Ja, das war dumm von mir. Ich habe mich die ganze Zeit verlesen. Ich habe die ganze links gedrückt. Ich demlack. Okay, hör auf. Klick mit der rechten Maustaste, wenn du die Anzeige zum Blocken siehst. Bekommst du dich. Das ist unblockbar. Nein, nein. Ich sagte, protecte. Protecte. Du bist schon schnell. Oh, Alter, ey. Da muss er ganz schön auf Zack bleiben. Locken reduziert einigen, aber nicht den gesamten Schaden eines Angriffs. Eines Angriffs, ja. Okay, okay, okay. Nein. Frau Pügelein fällt mit einem Baseballschläger, fügt bei perfekter Durchführung zusätzliche Angriffe, äh, fügt bei zusätzlichen, äh, fügt bei perfekter Durchführung zusätzliche Angriffe durch, okay? Klicke mit deiner linken Maus hast du, um den Ball zu werfen und erneut, um ihn zu schwingen. Trifft den Ball, um Bonusschalen hin zuzufügen. Also links und dann nochmal. Ah, schade. Nicht ganz erwischt, aber egal. Was? Habe ich nochmal? Ja, mach halt. Mach halt hier deinen Kackaball. Jetzt. Homerun? Habe ich es geschafft? Alter. Ich habe keine, ich habe keine Heldenpower mehr. Ich habe leider keine, keine Heldenpower mehr, okay. Oh, der hat gesessen, Junge. Was muss ich nochmal drücken? Ah, cool. Dann sind nur drei abgezogen. Vier abgezogen, ja, das überleben wir schon. Wir nehmen jetzt nochmal auf jeden Fall nochmal Klingel des Kriegers. So, Junge, jetzt kriegst du es aber. Bam, Junge. 37. Ja, jetzt ist er gleich. Fratze. Ah, ja, 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 das... Der kann mir gar nichts. Nochmal 37. Ja, ist er wohl Fratze, der gute Kleid. Haben wir ihn kaputt gemacht. Jumut das? Nein, doch. Nein, doch.